Moin Moin und ganz herzlich willkommen zum Preview auf das neue DLC für Kerbal Space Program mit dem wundervollen Namen Breaking Ground. Und wie der Name schon sagt, geht es in diesem Release oder in diesem DLC ganz ganz viel darum, dass ihr zusätzlich Dinge noch tun könnt, außer einfach nur mit dem Raumschiff irgendwo hinfliegen, paar Experimente abfeuern aus dem Orbit und dann wieder zurück. Was bei KSP bisher in der Vanilla-Version ohne Mods immer so ein bisschen fade war, waren so die Evas. Man konnte quasi irgendwo landen, hat eine Bodenprobe genommen, hat eine Flagge aufgestellt und dann ist man wieder zurückgeflogen und das war's. Das war ein bisschen dünn und man hat sich da oft mit Mods behäufen. Darin ändert jetzt Breaking Ground eine ganze Menge und was genau, das schauen wir uns heute relativ schnell an. Ich werde euch die Teile zeigen, ich werde euch zeigen, wie man sie benutzen kann und werde euch dann aber auch in die Umlaufbahn entlassen, damit ihr selber rausfindet, was man damit so anstellen kann. Von mir gibt es noch ein paar kleine Inspirationen und einen kurzen Einstieg, wie es eigentlich funktioniert. Und wir starten direkt als erstes mit den neuen Bodenexperimenten. Wie ich bereits schon sagte, ging es bisher immer nur eine Flagge aufzubauen, eine Bodenprobe zu nehmen, dann stieg man wieder ein und tschüss, das war's. Hier und da vielleicht noch mal eine Anomalie. Das war relativ dünn. Da hat sich jetzt einiges getan. Wie ihr seht, gibt es eine neue Gruppe an Bauteilen unter dem Oberbegriff Ladung und in dieser Gruppe gibt es jetzt verschiedene Behältermodule und verschiedene Bodenexperimente, mit denen ihr, wer hätte es gedacht, Bodenexperimente abfolgen könnt. Das Ganze kommt mit einem kleinen Inventarsystem, das relativ einfach und intuitiv zu bedienen ist. Ich werde es euch einmal kurz zeigen und dann gehen wir auch schon direkt drüber zum Moon, um da unsere Sachen aufzubauen. Also, wir haben verschiedene Behältersysteme. Das ist einmal dieses runde Behältermodul SEQ-9 und wir haben das seitlich anbringbare Ladungslagermodul SEQ-3. Der Name ist ja auch Programm. Ihr habt in dem SEQ-9 neun Inventarfelder. Mit Rechtsklick könnt ihr die öffnen und ihr habt im SEQ-3 logischerweise drei Felder. In jedes Inventarfeld geht ein Bauteil rein. Das heißt, je nachdem, wie viel ihr mitnehmen wollt, solltet ihr entsprechend viele Slots mit dabei haben. Wir gucken uns jetzt mal an, was diese Bauteile können. Die zentrale Station ist hier die Probodyne Experiment Überwachungsstation. Das ist eine Zentralstation, die eine Funkreichweite von 20 Metern hat für umliegende Experimente. Zusätzlich noch eine wirkliche Funkantenne, um zumindest über überschaubar lange Strecken. Also Moon Minmus sollte kein Problem sein. Interplanetar gibt es noch ein weiteres Bauteil für. Da kommen wir gleich zu. Wird es ein bisschen schwierig, die Ergebnisse rauszufinden. Diese Station braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr Bodenexperimente aufbauen wollt. Das ist quasi die Steuerungslogik der Zentralkomputer, wenn ihr so wollt, den ihr auf jeden Fall aufbauen müsst. Und ihr seht hier ein paar Informationen darüber. Nämlich, es erzeugt keinen Strom, verbraucht aber Strom. Und damit springen wir direkt schon mal weiter auf das nächste Bauteil. Nämlich, relativ einfach zu bekommen, auch das Photovoltaik-Modul OX-Stat PD. Das müsst ihr innerhalb von 20 Metern Entfernung von eurer Zentraleinheit aufbauen, damit es eben Strom liefern kann. Und das seht ihr hier schon. Erzeugt eine Stromeinheit und benötigt Null. So, braucht eine aktive Zentralstation, damit es funktioniert. Macht auch wiederum Sinn, denn ihr wollt es ja irgendwo steuern. Eine zweite Möglichkeit, die allerdings sehr, sehr spät erst im Wissenschaftsbaum kommt, ist der Radioisotropen- thermoelektrische Generator Mini-Nug-PD. Das ist ein RTG, wie ihr es kennt. Also ein Radioisotropen- Generator, der auch Strom erzeugt, ohne eben dabei Sonnenlicht zu benötigen. Erzeugt auch eine Stromeinheit und benötigt keine. So, dann gibt es natürlich verschiedenste Experimente. Ich fange mal mit dem an, was wir jetzt nicht mitnehmen auf dem Moon, weil auf dem Moon gibt es nicht ganz so viel Wetter. Es gibt eine Wetteranalyseator. Der macht natürlich total Sinn, wenn man eine Atmosphäre hat. Es steht auch mit da, erfordert eine Atmosphäre. Grünes Häkchen, rotes Häkchen, erfordert keine Atmosphäre. Könnt ihr mit zum Moon nehmen, funktioniert dann halt nicht so gut. Dann haben wir als nächstes Experiment einen passiven Seismografen. Auch der kann eingesetzt werden. Dem ist es allerdings egal, ob es eine Atmosphäre gibt oder nicht. Der will einfach nur da sein und misst natürlich irgendwelche Aktivitäten. Im Boden, also seismische Aktivitäten. Der Ionograph wiederum ist nur dann einsetzbar, wenn es keine Atmosphäre gibt. Funktioniert also zum Beispiel nicht auf Duna, funktioniert nicht auf Körben und und und. Funktioniert aber ganz hervorragend auf dem Moon und kann dort eben eingesetzt werden, um Ionosphärenstrahlung zu messen und damit Forschung zu betreiben. Nächster Experiment ist noch der gute alte Schleim. Wird euch hier auch wieder begegnen. Genau, den mysteriösen Schleim gibt es hier in einem Dauerbeobachtungsexperiment. Wie das gleich aussieht, gucken wir uns auch auf dem Moon an. Und dann, last but not least, hatte ich gesagt, gibt es noch etwas, wenn ihr weiter entfernt seid. Das ist das Boden-Kormoneutron. Das ist eine größere Antenne, die eine größere Reichweite hat. Wenn ihr solche Bodenexperimente auf weiter außenliegenden Planeten oder Monden zurücklassen wollt, dann wollt ihr natürlich auch eine Funkverbindung hinbekommen. Und das Ganze funktioniert dann mit dem Boden-Kormoneutron. Ich mache jetzt eine kurze Abkürzung rüber zum Moon. Wir sind dann schon direkt gelandet und beginnen den Kram mal aufzubauen. So, wir sind jetzt auf dem Moon angekommen und werden hier jetzt mal unsere Experimente aufbauen. Dafür gehen wir an dieses kleine Mal-Lagermodul ran und wir beginnen einfach mal als allererstes mit der Experimentenüberwachungsstation. Die können wir einfach mit Klick nehmen und sobald ihr einfach über den Körbel geht, öffnet sich dort auch ein neues Inventarfeld. Beziehungsweise das euch bekannte Rechtsklickmenü öffnet sich dann von alleine. Ihr könnt diese Sachen einfach ins Inventar legen und dann an die Stelle laufen oder Jetpacken, an denen ihr gerne eure Überwachungsstation aufbauen möchtet. Ich laufe jetzt mal nicht zu weit weg, um das Ganze zeitlich zu begrenzen. Dann könnt ihr hier auf den kleinen Pfeil und Kreis drücken und ihr könnt jetzt das Teil mit J und L seitlich drehen. Ihr könnt mit Escape natürlich den Aufbau abbrechen und wenn ihr dann zufrieden seid, wie euer Bauteil aufgestellt ist, drückt ihr die Leertaste und dann wird das Ganze platziert. Das dauert einen kurzen Moment, bis sich das findet. Dann fährt es sich aus und jetzt haben wir unsere Zentralstation schon mal aufgebaut. Das ganze Spiel geht jetzt im Prinzip weiter. Wir nehmen jetzt unser nächstes Teil und hier gleich ein kleiner Tipp. Wenn ihr Stromgenerierungsgeräte aufbaut, wie zum Beispiel das Photovoltaikmodul oder den RTG, dann baut die mit einem Ingenieur auf, denn diese Geräte erhalten einen Bonus in ihrer Stromerzeugung, wenn sie von einem Ingenieur aufgebaut werden. Beim Solarmodul guckt man natürlich, hier ist es jetzt relativ egal, die Sonne steht quasi senkrecht über uns, dass das im Idealfall auch noch so ein bisschen in Richtung Sonne guckt. Das könntet ihr jetzt ausrichten, auch wieder mit J und L, dass das entsprechend passt. Und auch hier gilt wieder, platziert das in Ruhe, so wie ihr es gerne haben möchtet, drückt entsprechend die Leertaste, wird dann platziert und dann entfaltet sich das gleich und geht in Betrieb. So, voilà, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Strom erzeugt. Können uns hier also auch nochmal unser Teil angucken. Und jetzt seht ihr, unser Ingenieur hat das aufgebaut und wir erzeugen jetzt sogar vier Stromeinheiten, obwohl uns nur eine eigentlich gegeben war. So, das trackt auch ein bisschen die Sonne mit. Und jetzt nehmen wir mal unser erstes Experiment zur Hand. Bei den Experimenten ist es wiederum so, dass wenn wir die von einem Wissenschaftler aufbauen lassen, was wir jetzt auch mal tun, wir schalten jetzt also um und gehen mit Bob raus, wir potenziell mehr Wissenschaftspunkte generieren. Das ist ja also durchaus sinnvoll, dass ihr, wenn ihr Bodenexperimente aufbaut, sowohl mit einem Wissenschaftler als auch mit einem Ingenieur unterwegs seid. Ihr seht, ich bin Profi im Aussteigen auf dem Moon und werde jetzt mal einfach ein Experiment probehalber aufbauen. Wir bauen jetzt nicht heute die gesamten Experimente auf, das könnt ihr gerne auch noch tun und euch die nochmal im Detail angucken. Ich baue jetzt mal den altbekannten Schleim auf, den ihr alle sicherlich kennt und liebt aus anderen Experimenten. Und das hier ist im Prinzip eine Beobachtungsstation, mit der der Schleim automatisiert für euch beobachtet wird und über die Zeit Wissenschaftspunkte generieren wird. Und wenn man davon spricht, werden wir schon mal das nächste holen. Jetzt gehe ich doch wieder zurück und zeige euch mal, wie es eigentlich aussieht. Also hier dieses Schleimbeobachtungsgerät besteht quasi aus einer Kapsel Mystery Goo, wie ihr sie kennt, und einer Kamera. Und jetzt wo das läuft, generiert es eben 1,125 Wissenschaftspunkte pro Stunde und die werden mit der Zeit dann entsprechend gesammelt. Und ihr könnt sie dann später zurückfunken über die Zentralstation. So, soviel erstmal zu dem Thema. Wir werden uns jetzt nochmal einmal kurz die anderen Geschichten angucken, damit ihr sie gesehen habt. Aber das machen wir im Zeitraffer. So, und damit seht ihr hier unsere aufgebaute kleine Bodenexperimente Station. Die sammeln jetzt über die Zeit für uns Forschungsdaten und die können dann über die Bodenstation zurückgefunkt werden. Und solltet ihr eben etwas weiter entfernt sein, gibt es dafür noch eine Langreichweitenantenne. Die könnt ihr dann mit rausnehmen und aufbauen, damit ihr auch von Duna oder Jol aus, also nicht Jol direkt, aber den Monden, eure Wissenschaftsdaten von den Bodenstationen nach Hause funken könnt. So, und damit geht's rüber zum nächsten Teil dieses DLCs. Ein ganz großer neuer Baugruppenbereich sind auch die Robotikteile. Da hat sich auch richtig was getan. Und ihr findet das Ganze unter diesem Roboterarm, der mit dem Namen Robotik bezeichnet ist. Und da gibt es verschiedene Bauteile, Gelenke, Hydraulikzylinder, Rotoren und Rotationsservos. Das sind so die Hauptkategorien. Plus ein Controller-Modul, den Cal1000. Der ist noch nicht komplett durchgedreht, aber dafür kann er auch nicht ganz so viel wie der echte Hell. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz die Gelenke durch und dann zeige ich euch mal einen kleinen Demonstrator, auf dem ich mal so ein paar Anwendungsbeispiele für eine manuelle Bedienung gemacht habe. Und dann gucken wir mal kurz in den Cal rein, wie ihr da die automatisierte Steuerung hinbekommt. Und dann zeige ich euch ein, zwei Beispiele, was mir mal so spontan eingefallen ist, was man damit bauen könnte, was vorher auf jeden Fall nicht mal eben einfach so ging, sondern tatsächlich ein großes, großes Problem war, das so herzustellen. Also, wir haben als allererstes mal die Alligator-Gelenke, die sich durch verschiedene Größenkategorien fortsetzen. Ich zähle das hier großzügig mal mit rein, also das Gelenk G32W, weil es einfach von der Art und Weise her das gleich ist. Das heißt, ihr könnt hier hinten irgendwo was draufsetzen und das dann eben über den Winkel hier bewegen. Was ich mir sehr gut vorstellen kann mit diesen Bauteilen ist zum Beispiel sowas irgendwie wie ein Flügel anbauen oder eben schwenkbare Triebwerke seitlich draufsetzen, wo man den Winkel anpassen kann. Ich glaube, gerade für den Flugzeugbereich vielleicht nicht ganz uninteressant. Eventuell auch, um, weiß ich nicht, mit Flügeln zu schlagen oder sowas. Ich kann mir vorstellen, da sind ein paar nette Sachen möglich mit diesen Bauteilen. Also, das ist die eine Gelenkkategorie. In eine ähnliche Kerbe schlagen Gelenke G00 und G11, wobei das 00er halt sehr klein ist und das 11er ein bisschen größer. Hier wird allerdings das Bauteil, was ihr benutzen wollt, quasi oben aufgesetzt und ihr könnt das ganze Teil dann nach links oder rechts wegkippen. Kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ich zeige euch mal eine Sache, die ich direkt vor Augen habe, wenn ich das Ding sehe. Außer ich kriege die Antenne nicht richtig rumgedreht. Jetzt aber. Da kommen die rauf. Die Antenne weigert sich. Wir nehmen jetzt einfach den Würfel und drehen ihn, drehen ihn so weit herum, dass er da drauf geht, hoffentlich. Na komm. Spiel mit. Spiel doch mit. Ich muss ihn kurz mal in die richtige Richtung rotieren. So. Sehr schön. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt kann ich quasi meine Antenne einfach mal in die Richtung klappen, wie mir das gerade passt. Zum Beispiel immer in die Richtung, wo Kerbin ist, wenn ich da gerade Lust drauf habe. Einfach um mir selber da so ein bisschen mehr Immersionseffekt zu geben, dass eine Antenne sich auch ausrichten lässt und nicht nur starr angebaut ist. So muss ich. Früher musste ich für sowas immer die gesamte Sonde oder Rakete drehen. Jetzt drehe ich einfach die Antenne rüber und habe damit meine Ausrichtung. So. Gehen wir mal zurück zu den Robotik Parts. Das sind eben zwei Größen. Dann haben wir die Hydraulikzylinder. Die Hydraulikzylinder gibt es meiner Meinung nach eigentlich in zwei Geschmacksrichtungen. Das sind einmal die normalen Hydraulikzylinder in groß und klein, wobei klein das hier bedeutet und groß bedeutet das hier. Die normalen Hydraulikzylinder sind eben Hydraulikzylinder, wie man sich das so vorstellt. Damit könnt ihr quasi hydraulische Anfaltung machen. Wo ich jetzt im ersten Moment direkt auch daran denken muss, ist zum Beispiel so ein hydraulisches Abtrennungssystem von einer Falcon Heavy. Da freue ich mich schon drauf, das mal nachzubauen. Dass man halt sagt, man sprengt die Booster nicht ab, sondern hat sie anders angekoppelt, zum Beispiel über Dockingports oder sowas. Und baut so ein Hydraulikding dazwischen, um es damit dann wegzuschieben, um eine nicht explosive Trennung von Raketenteilen herbeizuführen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Könnt mir vorstellen, dass das tatsächlich ganz gut hinhaut, das über Hydraulik zu machen und somit halt diese wiederholbare Abtrennung von Bauteilen eigentlich auch zu simulieren. Im Gegenzug dazu habt ihr die Teleskop-Hydraulikzylinder und wie ihr vielleicht schon vermutet habt, ist der Name hier ein bisschen Programm. Das sind eigentlich die fast gleichen Bauteile, nur eben, dass sie Teleskopentfaltung haben, also aus mehreren Teilen bestehen und damit sich natürlich sehr, sehr viel leichter und leichter, viel weiter ausfahren lassen. Und wie ihr hier seht, gerade der große Teleskop-Zylinder, also der 3PT, mit dem kann man Teile schon relativ weit nach außen packen. Und was mir da durch den Kopf geschossen ist, tatsächlich als Anwendungsbeispiel wäre, solche Dinge, dass man hier sagt, man hat am Anfang ein relativ nahegelegenes Bauteil und kann das dann später quasi zur Entfaltung bringen. Also Karte ist erstmal im Fairing drin und will dann aber zum Beispiel später in einer Raumstation durch erweiterte Rotation Gravitation erzeugen, sodass man in diesem Container quasi stehen könnte, weil ja Gravitation und so. Da hilft es natürlich, einen größeren Bogen zu beschreiben, also könnte man das hier mit ausfahren. Einfach mal so als Idee in den Raum geworfen. Ich bin natürlich sehr auf eure Ideen auch gespannt. Dann haben wir die Rotoren. Die Rotoren gibt es in klein, mittel und echt groß. Mit denen kann man Dinge drehen. Also die drehen sich halt wirklich. Da könnt ihr im Prinzip einstellen, mit wie viel Umdrehung pro Minute müssten das sein, die sich drehen. Ihr könnt die Drehrichtung einstellen, also gegen den Uhrzeigersinn und mit dem Uhrzeigersinn. Ihr könnt eine Bremse einschalten und könnt natürlich den Motor an- und ausschalten, um zu entscheiden, ob das Ding jetzt hier beschleunigt werden soll oder nicht. Und entsprechend wie viel Leistung das hat. Und dann seht ihr auch, wie viel Kilo Newton das Ding Leistung hat als Motor und was das zusätzlich wiegt. Also je höher ich das hier stelle, umso schwerer wird dann auch das Bauteil nachher. Ich glaube, wie der Name schon sagt, Rotor könnte hier ein Thema sein. Ich glaube, wir werden viele Hubschrauber in Zukunft in Kerbel Space Program sehen oder Hubschrauberartige. Ich könnte mir aber auch so Rotationskonzepte für Raumstationen damit ganz gut vorstellen. Dann natürlich mit etwas anderen Drehzahlen. Also ihr wollt eure Kerbels ja nicht durch eine Waschmaschine schleudern, sondern wollt entsprechend, dass sich das etwas ruhiger dreht. So und dann last but not least habt ihr noch die Rotations-Servos. Die gibt es auch im Prinzip in ein bisschen unterschiedlichen Flavors. Ich persönlich zähle die beiden so ein bisschen zu den, ich sag mal, direkt flach aufsitzenden Rotations-Servos. Und die anderen beiden haben quasi einen runden Untergrund oder einen kleinen Sockler, auf dem sie stehen. Sind aber dann auch nochmal deutlich größer. Und mit denen könnt ihr eine Drehbewegung erzeugen. Also letzten Endes ist das dann hier eure Drehungen, die ihr hinbekommt. Und jetzt merkt ihr schon, wenn man die Sachen alle so ein bisschen miteinander kombiniert, kann man relativ witzige Sachen machen. Und die gucken wir uns jetzt mal kurz an, bevor wir für den Controller wieder hier hin zurückkommen. So, was kann ich denn jetzt mit meinen Robotik-Modulen anfangen? Naja, ich kann damit zum Beispiel so Schabernack bauen, wie diese kleine Raumstation, die ein künstliches Gravitations-Modul mit dabei hat. Das zeige ich euch jetzt mal, wie wir da hinkommen. Ich klappe jetzt nämlich meine künstlichen Schwerkraft-Module in aller Ruhe aus. Fahre die anhand der Teleskop-Hydraulikzylinder nach draußen. Das gleiche Spiel habe ich hier drüben natürlich auch nochmal. Das heißt, ich kann das auch auf 0 Grad stellen, entsprechend meine Zylinder ausfahren. Und dann habe ich hier links und rechts zwei Motoren, die ich benutzen kann. Das sind diese Rotoren. Die habe ich jetzt mal schon mal ein bisschen voreingestellt. Die sollten eigentlich auf 10 Umdrehungen pro Minute gepinnt sein. Und wenn ich nicht alles falsch gemacht habe, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich den Motor einschalte, dann sollten die sich gegenläufig drehen und damit die Raumstation stabil halten. Ich bin gespannt. Los geht's. So, wir haben jetzt noch arretiert. Achso, die Drehmomentgrenze, die müssen wir natürlich bei beiden noch irgendwie einstellen. So, und jetzt sollte theoretisch, ich mache mal das SRS in der Mitte noch an, genau, sich das genau ausgleichen, sodass beide Seiten beginnen zu drehen. Ich habe es leider ein bisschen unterschiedlich eingestellt. Das hätte ich sauberer voreinstellen müssen. Und siehe da, wir haben jetzt eine Raumstation mit vier Kapseln, in denen wir künstliche Schwerkraft erzeugen durch Rotation. Den Körbels wird es hoffentlich gefallen, wenn nicht, ja, ist das für sie etwas schwierig. Aber letzten Endes ist das eine Sache, die vorher gar nicht so einfach zu bauen war. Und jetzt mittlerweile über die Robotik-Bauteile zum Beispiel sehr, sehr einfach herzustellen ist. Unsere künstliche Schwerkraft Raumstation. Eine Sache, warum habe ich das gegenläufig gemacht? Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man das nicht tut. Dann beginnt nämlich irgendwann diese Station gegenläufig zu drehen. Also ich kann das mit dem SRS stabilisieren. Ich habe es jetzt mal bewusst rausgenommen, um euch das zu zeigen. Das Problem ist, wenn ihr nur eine Seite macht und die dreht, naja, Drehimpulserhaltung scheint ganz gut zu funktionieren. Also von daher auch hier, das i-Tüpfelchen ist da. Ja, wenn ihr an ein zu leichtes Gewicht-Robotik-Teile ranmacht, die ihr bewegt, dann bewegt sich das andere Teil natürlich auch. Und ihr habt dann ein klitzekleines Problem. Schauen wir uns jetzt mal an, was ihr mit dem Controller noch machen könnt. Und dann geht es weiter auf unsere kleinen Roadshow durch das DLC. So, ich möchte jetzt mit euch anhand von einem ganz einfachen Beispiel mal den Controller für die Robotics durchgehen. Und zwar, was wir da mal ausprobieren, ist einfach ein kleines, ich nenne es mal, Kerbel-Karussell zu bauen. Mit dem wir Kerbels von links nach rechts bewegen und damit immer wieder was wiederholen. Was wir dafür auf jeden Fall brauchen, ist irgendwie ein Träger und eine Menge Strom. Die Robotics-Teile verbrauchen relativ ordentlich Strom. Also nicht wundern, wenn das Ganze da auch dann relativ schnell mal alle ist. Also guckt, dass ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, Strom zu speichern und gegebenenfalls wieder neu zu erzeugen. Sonst werdet ihr sehr schnell feststellen, dass ihr da nichts mehr habt. Wir nehmen jetzt mal den großen Rotations-Servo oben aufs Dach rauf und bauen uns eine kleine Konstruktion, die zu nichts anderem gut ist, als einen Kerbel mit einem Sitz von links nach rechts zu drehen, den Sitz wieder in Position zu bringen und den nächsten Kerbel abzuholen. Ich möchte eurer Fantasie da keinerlei Grenzen setzen, was ihr draus macht. Aber ich zeige euch jetzt mal wirklich ein ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel, damit wir einfach mal die Funktionsweise des Controllers durchgegangen sind, damit klar ist, wie ihr eure eigenen Sachen bauen könnt. Ich habe schon ganz spannende Sachen bei Twitter gesehen. Leute haben sich da Flugzeuge gebaut, die mit den Flügeln schlagen, also wie ein Vogel fliegen. Ich habe einen Läufer mit so Spinnenbeinen gesehen. Auch eine sehr, sehr coole Idee. Ich entscheide mich jetzt gerade für etwas sehr, sehr viel Einfacheres, für unsere kleine Demonstration. Und ich hoffe, wir kommen da höhentechnisch, müssten wir da eigentlich ganz gut hinkommen. So, und jetzt nehmen wir mal den Robotics Controller und packen den da ran. Und jetzt müssen wir im Prinzip das Bauteil, was wir automatisieren wollen, in den Aktionsgruppen zum Controller hinzufügen. Das heißt, wir gehen auf die Aktionsgruppen und drücken hier auf den Controller Cal 1000 und müssen dann das Teil wählen, das wir steuern wollen und welchen Wert wir steuern wollen. Das ist in dem Falle der Zielwinkel, weil wir wollen es ja drehen, hin und her. Und haben den jetzt da mit drin, was dann passiert, ist folgendes. Ich nehme das jetzt mal nochmal raus, um es euch einfach zu zeigen. Wenn ich den Spureditor hier öffne, ist der erstmal leer. Hier kann ich Dinge editieren. Nehme ich jetzt das Teil hinzu, erhalte ich eine Spur, in der ich jetzt arbeiten kann. Für jedes Teil, was ihr hinzufügt, könnt ihr im Prinzip eine weitere Spur hier drin editieren und so relativ komplexe Abläufe steuern. Ich bleibe jetzt erstmal für die kleine Demo bei einem Teil, damit wir relativ einfach uns erarbeiten können, was das Ding eigentlich tut. So, wenn wir jetzt das Teil soweit fertig haben, dann können wir durch einfachen Klick auf diese Spur, die Spur für uns greifbar bekommen. Und jetzt haben wir hier einen zeitlichen Ablauf, der ist erstmal auf 5 Sekunden gestellt. Ihr könnt die Uhrzeit, die Länge der Spur ändern, indem ihr hier oben eine Zahl eingibt. Also wir können jetzt mal sagen, wir stellen uns auf 10 Sekunden ein. So, dann dauert das schon mal ein bisschen länger. Und dann haben wir hier eine Möglichkeit einzustellen, wohin das Ding sich dreht. Okay, das seht ihr ja hier. Also wir können sagen, wir können Körbels jetzt von hier nach hier bewegen. Das heißt, wir starten einfach bei uns in einer seitlichen Position, da wo er jetzt ist. Ich gehe mal zurück. Wir starten hier. Dann drehen wir im Zuge unserer Bewegung die ganze Geschichte hinter dem Putt. Dafür klicken wir mit Doppelklick hier drauf und können dann hier die ganze Geschichte manipulieren. Also ich ziehe das jetzt hier rüber und erzeuge damit quasi eine Drehung runter auf die Rückseite des Pots und habe dann hier wieder eine Drehung zurück, weil wir in die Ursprungsposition zurückgehen. Logischerweise erzeugen wir mit dem Zug nach oben eine Drehung in die andere Richtung. Können also die Körbels letzten Endes auch zum Beispiel, oh, andersrum, vorne an ihrem Pot abholen. Oh, das war ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir in der richtigen Position. Hier sind wir in der richtigen Position, um den Körbel abzuholen und dann bringen wir ihn nachher auf die andere Seite. Da kann er dann aussteigen und wir gehen quasi den nächsten Körbel holen mit unserem Ablauf. So, sobald wir das jetzt haben, können wir das mal einmal laufen lassen und dann sehen wir quasi, was passieren würde. Ich bin jetzt nicht im Wiederholenmodus. Dadurch haben wir nur einen Ablauf. So, das heißt, jetzt läuft er einmal diese Bewegung durch, die wir animiert haben, geht diese Bewegungskurve durch und dann war es das. Ich kann jetzt aber auch noch sagen am Controller, Och, du, mach mal ruhig eine Wiederholung oder spiel das rückwärts ab, aber wir lassen es jetzt mal in der Richtung. Und jetzt würde er quasi in einer Endlosschleife genau diesen Bewegungsablauf machen, sodass wir hier unser Hin und Her haben. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Zeit haben, um ein- und aussteigen zu können. Das heißt, wir können jetzt hier wieder hinklicken und können die Abläufe ein bisschen abflachen. Das können wir zum einen machen, indem wir diesen Punkt hier bewegen und wir können natürlich auch hier mit diesen Zeigeärmchen so ein bisschen Einfluss darauf haben, wie sehr sich das Ganze bewegt. Unten kann man immer auch noch mal die Zahl eingeben, wenn man es sehr exakt machen will. Ich arbeite jetzt mal mit den Schiebedingern. Wir können hier also so ein bisschen die Winkel auch bestimmen, wie schnell sich das Ganze dann dreht. So, genau das Gleiche können wir hier natürlich auch noch mal machen. Wir können sagen, okay, ein bisschen weiter links. Wir schieben uns hier das Ding so zurecht, dass es zumindest einen kurzen Moment mal so bleibt, damit wir einfach auch Zeit haben, wieder auszusteigen. Was dadurch passiert ist, wir bleiben ein bisschen länger in der Position, in der wir schön gemütlich ein- und aussteigen können. Dadurch beschleunigt sich dann natürlich aber insgesamt die Drehung. Also ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier, wenn ihr hinten den Ablauf beobachtet, quasi eine Halteposition einmal vorne, einmal hinten dadurch erschaffen, dass wir eine Weile gerade bleiben und haben dadurch eine etwas schnellere Drehung. So, ich würde sagen, wir gehen unseren kleinen Kerbellift mal ausprobieren, wie der so funktioniert. Ihr könnt natürlich damit sehr, sehr viel komplexere Bewegungsabläufe animieren. Mir war es jetzt einfach nur mal wichtig, dass ihr die Stelle findet, wo das ist, weil ich habe erst mal so ein bisschen da gesessen, so, wie arbeite ich denn jetzt mit diesem Controller? Weil ich bin immer in den Editor reingegangen, habe mich gewundert, Nanu, wo kommt denn das her? Ja, und das funktioniert, indem ihr eben in die Actiongroups geht und dort im Controller sagt, dem Controller hinzufügt, was ihr steuern möchtet. So, wir werden jetzt mal natürlich mit unserem Wissenschaftler gute Forschung betreiben, indem wir in unseren Kerbellift einsteigen, nachdem wir uns kurz auf der Startbahn abgemault haben. So, ich hoffe, ich habe genug Pause gelassen, dass ich es schaffe, das Ding hier zu treffen. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin zuversichtlich, im nächsten Anlauf kriegen wir das hin. Leider dreht sich auch die ganze Kapsel ein bisschen mit. Steige ein. Und jetzt wieder aussteigen. Verdammt, wie steigt man eigentlich aus? Sitz verlassen, da ist es. Pop! Professionell ausgestiegen. Und ihr seht, das ist ein super sicherer Mechanismus und Körbels hinter die Kapsel zu bewegen. Es ist auch viel effizienter, als wenn man einfach um die Kapsel herumläuft. Und ich hoffe, es erklärt so ein bisschen das Prinzip, wie diese ganzen Geschichten funktionieren. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den Dingen aus dem DLC. Ja, und dann sind noch so ein paar Neuerungen dazu gekommen. Für die habe ich mich mal ein bisschen auf den Weg gemacht und auf die Suche. Die ersten beiden seht ihr hier. Die eine ist ein neuer Anzug. Den könnt ihr über den Kleiderhaken einstellen. Es gab ja über das erste DLC schon die Retro-Anzüge. Und es gibt jetzt eben Anzüge, mit denen könnt ihr euren Körbel Neonfarben leuchten lassen, wenn ihr das Licht einschaltet. Ein sehr, sehr schöner Effekt. Ich bin hier mit dem lieben Bob, glaube ich, unterwegs. Und wir sind auf Wall unterwegs und wir haben hier einen Roboterarm mit dabei, den leichten Abtastenarm. Die gibt es auch noch in Mittel und in Groß. Das ist ein neues Instrument, was ich jetzt so auch noch nicht benutzt habe. Und da vorne ist etwas... Ich habe jetzt ein bisschen suchen müssen, bis ich einen gefunden habe. Es gibt neue Bodenfeatures. Und die gibt es zum Beispiel auf Wall gibt es Eisvulkane. Wir fahren gerade zu einem hin. Aber auch verschiedene andere Dinge. Ich blende die hier gerade mal ein. Auf Tilo gibt es verschiedene Dinge aus Stein zu begutachten. Auf Duna ein paar ganz interessante, nette Dinge. Das eine heißt irgendwie Blueberries, also so Blaubeeren und Meteoriten, die irgendwo runtergekommen sind. Wie gesagt, ich blende euch hier mal die Bilder ein, dass ihr es sehen könnt. Und mit diesen Armen kann man wohl an den entsprechenden Orten, wo ihr diese Teile findet, Science-Experimente durchführen. Das will ich jetzt natürlich auch noch mal mit euch zusammen ausprobieren. Mit unserem kleinen Rover, den ich hier mal eben schnell hergebracht habe. Und ich hoffe, es ist nicht zu weit. Deshalb haue ich jetzt mal kurz den Beschleuniger rein für euch. Und dann sind wir gleich beim Eisvulkan. Hoffentlich. Es eist auf jeden Fall schon sehr vor sich hin da hinten. Los geht's. So, und wir sind jetzt hier direkt vor dem Eisvulkan zum Stehen gekommen. Sieht relativ schick aus. Wie da auch das Eis rauskommt. Jetzt probieren wir mal unseren Arm einzusetzen. Und zwar sagen wir, Kryovulkan abtasten. Das scheint verfügbar zu werden, sobald man nah genug dran ist. Und jetzt passiert irgendwas. Der Arm wird auf jeden Fall ausgefahren. Wir kriegen das Instrument. Wird gedreht. Oh, und guck mal, da entstehen auch irgendwie Lichteffekte. Lichteffekte. Okay, wir hatten gerade so ein kleines gelbes Licht. Und wir erhalten hier einmal eine Beschreibung von dem Kryovulkan. Ich bin jetzt hier im Sandbox-Mode bekommen. Dafür natürlich keine Wissenschaftspunkte. Deshalb spannend mal zu sehen, wie viel es denn tatsächlich wäre. Und gehört zu den größten Attraktionen im Sonnensystem. Obwohl die Zusammensetzung ihres Namens widersprüchlich ist. Sie stehen aber auch nur dann, wenn Elemente, die normalerweise im Gaszustand vorkommen, auf der Oberfläche eines Planeten einfrieren. Und was wir jetzt gleich nochmal testen, natürlich ist auszusteigen und zu gucken, ob wir hier auch nochmal eine Probe von Hand nehmen können. Ich würde fast davon ausgehen, dass wir hier noch irgendwas machen können. Oberflächenprobe entnehmen. Nein, nur Walzhochland. Das heißt, wir brauchen also wirklich diese Roboterarme, um an den neuen Anomalien, die ihr finden könnt, dann unsere Proben zu nehmen. und mit diesen dann wieder nach Hause zu kommen, um unsere Wissenschaftspunkte zu kassieren. Um das Bild nochmal zu kompletieren, ihr findet die Roboterarme, wenn ihr im Wissenschaftsbereich guckt, findet ihr den großen Abtastarm, den leichten Abtastarm und den mittleren Abtastarm. jeweils in den Forschungsinstrumenten. Und ich gebe euch hier mal einen Größenvergleich. Vorteil ist natürlich, dass die Dinger einfach eine deutlich höhere Abtastreichweite haben, wenn ihr den großen Arm nehmt. Und je kleiner die Dinger werden, umso kleiner wird natürlich diese Blase, in der er sich bewegen kann. Ihr müsst also näher ranfahren. Ich glaube, der wirklich, wirklich interessante Bereich dabei ist natürlich, dass ihr einfach einen Arm wählt, der zu eurem Fahrzeug oder Raumschiff passt. Für Rover, glaube ich, ist es ziemlich ideal, wenn man gut fliegen kann und punktgenau landen, ist es, glaube ich, auch eine Sache, die man durchaus mal an den Raumschiff ranbauen kann. Dafür müsst ihr aber gucken. Also ich hatte auf Wall, ihr habt den Vulkan tatsächlich mehr oder weniger aus einem Tiefflug erspähen können. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob man sie als Anomalien scannen kann, wäre aber natürlich mal ein Versuch wert, mit einem Probe Core hinzugehen und zu scannen, ob sie als Anomalien auftauchen. Und einfach nur, damit ihr es gesehen habt, hier könnt ihr quasi die neuen Anzüge einstellen und so sieht der Anzug aus, der so schön geleuchtet hat. Also quasi auf den kleinen Kleiderhacken, da habt ihr die normalen Anzüge, die Retro-Anzüge und dann eben diese neuen, ich nenne sie jetzt mal Tron-Anzüge, die diese Neon-Effekte haben. Ist vielleicht gerade für die von euch spannend, die öfter mal in der dunklen Nacht, wer macht denn sowas, ohne Beleuchtung mit ihren Kerbals EVAs machen. Ja, ein paar Sachen sind auch noch ins Base Game reingekommen, die haben nichts mit dem DLC zu tun, kommen also auch für alle, die das DLC nicht kaufen, sind aber auch schöne Erweiterungen. Es wurde ein bisschen was an den Action Groups noch gemacht, die wurden erweitert mit den Möglichkeiten, was man da noch gestalten kann und kann sie auch overriden, wenn ich es richtig verstanden habe. Zusätzlich ist es so, dass diese gesamte Inventory-Mechanik ins Base Game reinkommt, auch wenn sie im Base Game erstmal nichts bringt, aber so modern einfach einen einfacheren Ansatzpunkt geben kann. Ich kann mir vorstellen, dass so Mods wie Kerbel Inventory System da eventuell darauf aufspringen werden, um Dinge nicht mehr selber tun zu müssen. Dadurch ist es wahrscheinlich auch bei Weitem nicht mehr so krakenanfällig, wie es in der Vergangenheit potenziell immer mal war. Und Last but not least ist euch vielleicht aufgefallen, als ich mit den Kerbels unterwegs war. Es gibt jetzt Eva-Porträts, also das, was ihr kennt von den Porträts, wenn euer Kerbel in der Kapsel sitzt. Dieses Porträt bekommt ihr jetzt auch, wenn ihr eine EVA macht. Was ich auch schon mal geguckt hatte, ist, es gibt auf jeden Fall im Story-Mode spezielle Missionen, die zum Beispiel mit der Boden-Mission, also mit diesen Boden-Stationen, den Bodenexperimenten, euch Aufträge geben, dass ihr die in bestimmten Situationen auf bestimmten Himmelskörpern aufbauen sollt. Also ich habe mal soweit gespielt, dass ich ein paar Bodenexperimente freigeschaltet hatte und dann kommen mit zunehmender Reputation auch diese Experimente. Hat sich also einiges getan. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, insgesamt von dem, was ich gesehen habe, ein relativ rundes Erweiterungsset für den Preis. Es wird wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, für so 15 Euro, also 14,99 Euro wahrscheinlich, vielleicht mit einem Rabatt zum Start. Wir werden es sehen, an den Start gehen. Relativ rundes DLC. Ich werde es auf jeden Fall spielen und ich werde es auch auf meinem Twitch-Kanal, wenn ihr schnell seid, verlosen. Guckt gerne noch vorbei, am 31. endet die Verlosung, damit ihr dann auch zeitnah, wenn ihr gewinnen solltet, das DLC spielen könnt. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet im Abspann oder aber auch in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dieser erste kleine Überblick über das DLC hat euch ein bisschen weiter geholfen, hat euch geholfen, vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, ob ihr es euch holen wollt oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in der Tutorial-Serie hier auf YouTube oder eben drüben auf Twitch im nächsten Livestream. Mein Name ist Robert und Tschüss. Tschüss.